Willkommen zum Video. Wir wollen uns heute ein sehr, sehr spannendes Thema anschauen, nämlich wie kannst du in der heutigen Zeit, obwohl es kein Personal mehr gibt, trotzdem noch gute Monteure finden. Und da ist auch relativ egal, ob du jetzt im Bereich PV unterwegs bist, ob du im Bereich Bauelemente unterwegs bist und Fensterbauer oder Schreiner oder Tischler suchst oder ob du im Bereich Küchen oder sagen wir mal SAK einfach unterwegs bist oder was gibt's noch für Bereiche? Im Endeffekt ist das jeder Handwerksbetrieb oder jede Fachfirma rund ums Haus. Wir betreuen ja Fachfirmen rund ums Haus, davon nicht wenige, mittlerweile über 600 Partnerbetriebe und die Erfahrung, die wir mit denen gesammelt haben, die suchen natürlich alle Monteure auch, manche mehr, manche weniger, aber das ist natürlich immer ein Thema und diese Erfahrung möchten wir jetzt heute mal in diesem Video mit dir teilen. Genau, ja und im Endeffekt geht's schon mal ganz einfach eigentlich los. Es ist so, du musst dir erstmal Gedanken machen, okay, was will ein Monteur eigentlich? Also erstmal ist der Grundgedanke schon mal klar, es gibt keinen guten Monteur, der gerade nicht arbeitet. Wer jetzt gerade nicht arbeitet, der kann oder will nicht. Das ist ganz simpel. Das heißt, die Leute, die du gewinnst, sind irgendwo anders angestellt. Das ist echt ganz einfach. Nur die warten natürlich nicht auf dich. Exakt. Sondern du musst halt für die... Du musst halt aktiv werden. Genau. So, was könnt ihr zu einem Monteur mögen? Wir können ein paar Sachen durchgehen, die wir in den Beratungen ganz oft feststellen und auch ganz oft in den Kampagnen feststellen. Ja, ist klar, Monteure mögen es schon mal, wenn sie generell keine sinnlose Arbeit machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das unterschätzen auch viele. Aber Fehler, die im Unternehmen passieren, Fehler, die doppelte Arbeit verursachen, dass Leute nochmal rausfahren müssen, was vergessen wurde. Letztens das Fall gehabt, da gab es keinen vernünftigen Prozess, wo Zement nachbestellt wurde. Das heißt, immer wenn die ein Fundament gemacht haben, sind die Monteure dann teilweise, also gut, die hat noch ein zweites Team, was quasi um den Zement und so gekümmert hat, aber die Monteure sind teilweise rausgefahren, dann haben die festgestellt, die sind dann gar nicht fertig geworden, die Leute davor, weil der Zement einfach gefährdet, die den erstmal separat kaufen mussten, das Ganze sich ein paar Stunden verzögert hat, die Monteure rumstanden, teilweise Überstunden machen mussten, nicht zeitig genug Feierabend machen konnten, weil faktisch gesehen das einfach gefehlt hatte. Solche Sachen sollten halt möglichst wenig passieren. Ja, also einfach auch Abläufe im Betrieb. Genau, das heißt, die Abläufe sollten möglichst gut strukturiert aufgestellt sein, da können wir dann auch ein, zwei Ideen an die Hand geben, was das eigentlich bedeutet. Ja. Das Hauptthema ist aber eigentlich, dass keiner dich kennt erst mal. Keiner kennt dein Unternehmen, du sagst zwar, ja, ich habe auch meinen Bulli, dieses Traustein-Spieler schon lange, mag jeder kennt mich in der Region, ja, mag es sein, aber erstmal nicht jeder weiß, das du suchst und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es den Leuten noch aktuell zu schwer macht, sich zu melden bei dir, weil der Mensch geht immer den Weg des geringsten Widerstandes, also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Monteur, ich bin unzufrieden mit meinem Job und ich will mich jetzt irgendwo anders melden, dann melde ich mich da, wo es am einfachsten ist erstmal und natürlich das Unternehmen seriös nach außen aussieht. Ja, also der erste Punkt ist meiner Meinung nach auch der wichtigste, ist erstmal, dass wir die Leute, die jetzt irgendwo anders arbeiten, die willst du ja in deinem Betrieb haben als Monteure, weil die wahrscheinlich einen guten Job machen, aber wie bekommen wir die? Die bekommen wir jetzt natürlich nicht, indem wir da anrufen und sagen, komm zu uns und wir die jetzt so, sag ich mal, hart abwerben oder irgendwie ein Headhunter sind oder sowas, sondern es geht nur mit der eigenen Motivation des Mitarbeiters selber und was motiviert Leute? Meistens wollen sie natürlich eine Situation, die besser ist als das, was sie aktuell haben, das heißt, sie sind ein Stück weit vielleicht unzufrieden mit ihrem aktuellen Job und das ist genau das, wie es funktioniert. Also unserer Meinung nach ist das ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, einfach Leute zu finden und Probleme zu finden, die bei den Montoren jetzt aktuell dazu führen, dass sie unzufrieden sind mit ihrem aktuellen Job. Das hast du gerade gesagt, hast Abläufe im Unternehmen, vielleicht die Ausstattung ist veraltet, der Chef modzt immer rum, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch gemacht habe, mein Teamleiter ist irgendwie komisch, die Stimmung ist richtig schlecht auf der Montage. Ich kann mich nicht weiterentwickeln. Kann mich nicht weiterentwickeln. Diese ganzen Sachen, die führen dazu, dass ein Monteur am Ende vielleicht unzufrieden ist mit seinem Job und genau dann in dem Moment beziehungsweise diese Themen, weswegen jemand unzufrieden sein könnte, die musst du halt aufgreifen, wenn du sagst, okay, das weiß ich, das sind einige Monteure, die haben das in ihrem Betrieb so und so, deswegen sind die dort unzufrieden und diese Sachen sind aber bei uns anders. Der Kommunizieren heißt, dass du das in Werbeanzeigen zum Beispiel kommunizierst. Bei uns ist immer eine gute Stimmung auf Montage, bei uns bekommst du hochwertige Ausstattung, du bekommst eigenes Werkzeug, du bekommst ein eigenes Fahrzeug und so weiter. Diese ganzen Sachen, sich zu überlegen, okay, was gibt es für Dinge, die Leute unzufrieden machen, also was gibt es für Themen, die die Monteure unzufrieden machen, wie kann ich das in meinem Betrieb lösen oder habe ich das schon gelöst oder kann ich das besser machen und wenn ja, das auch kommunizieren. Und das ist sozusagen der magische Trick, mit dem ich es schaffe, Leute von A nach B, also von dem einen Betrieb zu meinem Betrieb zu überzeugen, sodass sie dann wechseln wollen. Und hier muss dir auch klar sein, also das klingt jetzt so, als müsstest du dir übelst krassen Benefits bieten, als müsstest du der heftigste Arbeitgeber sein, das ist oftmals gar nicht notwendig. Es geht einfach nur darum, wirklich mal zu kommunizieren, was er macht, weil wenn du jetzt das Video schaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bereits Montere hast, schon mal relativ groß, selbst wenn du keine hast. Du bietest in der jetzigen Situation schon viele Dinge, die sehr positiv sind. Alles, was wir am Anfang gesagt haben, ist eine Draufgabe. Das können die meisten Betriebe gar nicht abbilden. Damit würdest du dich halt richtig krass abheben. Aber wenn es einfach nur mal darum geht, den Leuten zu zeigen, hey, bei mir ist es halt so und so und so und du kannst mich bei mir ganz einfach melden, dann wirst du die Leute, die zu dir passen, schon automatisch abholen. Ja. Das ist halt ganz wichtig, weil du musst jetzt nicht dir irgendwelche krassen Sachen ausdenken. Das ist ein ganz großer Fehler, der gemacht wird. Klar. Also irgendwelche heftigen Sachen ausdenken, die eigentlich gar nicht existieren. Dann kommen die Personen, sie, das ist gar nicht so, ist unzufrieden und geht wieder und wechselt wieder. Ja. Es geht einfach darum, auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sichtbar zu sein. Du musst dir vorstellen, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein riesiges Fischernetz, was wir auslegen. Weil wir, man muss dir vorstellen, angenommen, es gibt jetzt 100 Leute, die potenziell in Frage kommen, die auch mal zu einem gewissen Zeitpunkt innerhalb von einem Jahr zum Beispiel unzufrieden sind mit ihrem Job und überlegen auch vielleicht zu wechseln. Und genau zu diesem Zeitpunkt musst du halt für den Monteur dann sichtbar sein oder sichtbar gewesen sein, über einen längeren Zeitraum aber, sodass er dich wahrnimmt als Arbeitgeber und als jemand, der seine Probleme lösen kann. Und das schaffen wir halt am besten über die digitalen Medien. Weil wenn du jetzt irgendwo ein Plakat aufhängst oder in der Zeitungswerbung aktiv bist, da sind auch die Leute nicht mehr unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du jetzt irgendwo ein Plakat hast, dann fährt derjenige gerade als Beifahrer vielleicht da dran vorbei und schaut gerade auf sein Handy und ist auf Instagram und TikTok unterwegs. Das funktioniert auch nicht mehr, wie es früher mal funktioniert hat. Und das bringt auch nichts, dann auf seinen Wagen irgendwie einen Sticker zu kleben und zu sagen, wir suchen Monteure, so wie es jeder macht. Davon unterscheidest du dich nicht. Deswegen wird keiner zu dir wechseln. Sondern die Leute wechseln zu dir, indem du eben dauerhaft auch sichtbar bist und dich auch als attraktiven Arbeitgeber darstellst. Und das halt nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum. Das finde ich den Vergleich mit dem Fischernetz eigentlich ganz gut gerade. Weil wenn du es jetzt auf den klassischen Weg machen würdest, zum Beispiel mit Printmedien, mit Radiowerbung, diese ganzen Themen, das ist ja sehr, sehr teuer. Also muss man sagen, da kostet ja schnell mal eine Einblendung oder eine Anzeige mal schnell 500 Euro. Und das ist ungefähr so, wenn du es mal vergleichst, als würdest du sagen, du nimmst den ganzen Ozean und wirfst das ganze Netz über den ganzen Ozean. Dann fängst du sehr viele Fische, aber einige gehen durch die Maschen durch, weil die gar nicht passen für das Netz. Das ist logisch, weil du willst ja eigentlich nur Monteure haben. Du willst jetzt ja nicht irgendwelche Buchhalte damit ansprechen. Die wirst du aber damit ansprechen automatisch. Das heißt, du hast einen sehr, sehr großen Streuverlust. Und du wirst am Ende vielleicht mal einen Fisch bekommen, was auch sehr unwahrscheinlich war, weil durch dieses Riesennetz so viel Staub aufgewirbelt wird, dass da gar kein Fisch mehr da ist. Was deutlich effektiver ist, ist zu überlegen am Anfang schon, wo halten sich denn meine Fische auf? In welcher Lagune, in welchem Meer sind die denn? Und nur da das Netz auszuwerfen, dann brauchst du deutlich weniger Budget und das ist halt, was Online-Werbung im Endeffekt auch macht. Das ist halt, was wir damit machen können. Also man nennt das künstliche Intelligenz. Klingt so ein bisschen hochtrabend jetzt vielleicht, aber das ist letztendlich, womit wir es halt schaffen, weil das Internet weiß ja oder wir können ja auch rausfinden, wo sind die Monteure? Du kennst das vielleicht, wenn du mal irgendwie nach einem Flug geschaut hast oder so. Dieser Flug, der verfolgt dich ja durchs ganze Internet. Und sowas ähnliches, das machen wir uns auch zunutze hier, indem das Internet dann einfach weiß, wer sind die Monteure und wo bekommen wir die? Also das ist quasi wie so ein intelligentes System, wo wir das einfach einstellen können und sagen können, hier, wir suchen nur die Monteure. Und das kannst du natürlich sehr, sehr schwierig nur machen, indem du das in der Zeitung oder auf dem Plakat machst, weil da fällt jeder lang. Und wir bezahlen halt auch wirklich nur für die Monteure dann. Wir bezahlen nicht für die ganzen anderen Leute, die auch da vielleicht zu dem Zeitpunkt sind, sondern es wird nur den Monteuren angezeigt. Und das ist auch dafür, dass man mit wenigen hundert Euro im Monat einen extremen Hebel hat, wo man wirklich sehr, sehr viel sichtbar sein kann. Also man kann es ungefähr vergleichen, wenn man es mal die Effekte vergleicht, eins zu zehn. Das heißt, du bräuchst das zehnfache Budget mit Zeitung und Radio, um die gleiche Sichtbarkeit, die gleiche Präsenz zu bekommen, wie mit Online-Werbung. Und das ist einfach ein großer Vorteil. Plus, du kannst es online auch sehr einfach machen, dass sich die Leute melden können. Ja, wie gesagt, die Zeiten sind auch vorbei, wo du einen Monteur einfach sagst, bitte schreib an Bewerbung at Küchenstudio XY oder at Bauelemente so und so. Sondern die Leute, die wollen es so einfach wie möglich haben. Die möchten auch nicht auf eine Webseite gehen und dann da ein Riesenformular haben, wo du am Ende noch eine PDF-Datei hochladen musst mit deinem Lebenslauf. Weil du musst dir vorstellen, die Leute, die sind gerade in der Bahn, in dem Bus, zu Hause auf dem Sofa. Und die haben auch auf ihrem Handy, wo einfach 90 Prozent der Leute aktuell einfach aktiv sind. Nicht mehr am PC, sondern am Handy oder am Tablet. Und da haben die dann vielleicht auch gar keinen Lebenslauf. Das heißt, du musst es auch den Leuten so einfach machen wie möglich. Innerhalb von wenigen, am besten Sekunden, musst du es schaffen, die Kontaktdaten auszutauschen, indem sie Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ihren Namen angeben. Und vielleicht, was sie machen. Und dann erst mal den Erstkontakt zu machen. Dann diesen Monteur anzurufen und sagen, hey, was machst du denn aktuell? Und ja, okay, was suchst du genau? Und dann zu erklären, ja, das machen wir. Und dann kannst du immer noch sagen, hey, kannst du mir gerade nochmal deinen Lebenslauf vielleicht schicken? Du sollst dich auch von den Gedanken lösen, dass das Leute, die den Lebenslauf nicht direkt schicken oder nicht direkt in Bewerbung von dem, die schreiben, dass die schlechter werden oder so. Es ist einfach ganz normal, wenn mir zwei Unternehmen Angebot machen, Jobangebot und sagen, hey, wir hätten dich gerne. Und der eine sagt, ich hätte gerne einen Lebenslauf anschreiben. Und der andere sagt, melde dich einfach mal unverbindlich. Geh mal deine Nummer dran, wir sprechen mal. Ist klar, wo ich mich zuerst melden werde? Ich werde immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Es geht gar nicht darum, dass die Leute jetzt faul sind oder so, das nicht zu machen. Es geht einfach darum, dass es letzten Endes nicht notwendig ist bei vielen Betrieben oder bei manchen Betrieben. Und bei anderen ist es notwendig. Und dann gehe ich zu dem, was nicht notwendig ist. Das ist wie an einer Supermarktkasse. Die eine Schlange ist lang, die andere ist kurz. Dann gehe ich halt so kurz. Und so einfach ist es. Ja. Also letzten Endes musst du den Leuten einfach machen. Ja. Fass, denke ich, ganz gut zusammen. Plus an der richtigen Stelle sichtbar sein, plus für die richtigen Leute sichtbar sein. Und wenn du das kombinierst und auch wirklich dauerhaft sichtbar bist, dann musst du auch nicht genau den Moment abpassen, wo die Person unzufrieden ist. Weil die hatte ich da vorhin schon 50 Mal gesehen. Die weiß, es gibt dich. Ja. Und die wird sich bei dir melden in dem Moment, wo sie unzufrieden ist. Und dann bist du halt die Nummer 1 in der Region, weil du einfach dauerhaft mit deiner Werbung präsent bist. Ich gebe dir nochmal welche von uns. Wir haben in Hannover 500.000 Einwohner. Wir als Marketingagentur. Wir schalten natürlich schon ein gewisses Werbebudget, auch für Mitarbeitergewinnung. Aber wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten so bekannt zu sein, dass jeder Dritte da draußen gefühlt die Leute, die bei uns in den Videos und auf den Bildern auftauchen, erkennt. Die werden angesprochen, unsere Leute. Weil die so oft gesehen werden. Wir gehen natürlich deutlich mehr Geld aus, als du jetzt müsstest, um deine Leute zu finden. Weil wir erstmal auch jeden ansprechen. Dann wäre möglich dann sehr viele Quereinstiege. Aber wenn du jetzt nur auf die Monteure das fokussierst, sagst, hey, ich möchte nur die 5% Monteure in meiner Region haben, dann kann man mit wenig Geld da extrem viel hebeln. Irgendwann ist dein Betrieb einfach bekannt wie ein bunter Hund für die Monteure. Dadurch, dass er halt auch so fortschrittlich ist und in den digitalen Medien halt auch die ganze Zeit sichtbar ist, dann ist das irgendwann, bist du so weit oben im Kopf der Leute, dass wenn die dann mal das Gefühl haben, ich will mich mal umgucken, dann wissen die, ach, da war noch was. Da melde ich mich jetzt mal. Wenn du Interesse hast, mal rauszufinden, wie sowas konkret bei dir ausgehen kann, was da konkret für Möglichkeiten bestehen, dann melde ich gerne einfach mal bei uns zu einer kostenfreien Potenzialanalyse an. Also es ist eine Analyse, wo wir einmal schauen, wie viele Leute gibt es eigentlich in der Region, was kann man da tun, welche Möglichkeit haben wir da und wo bist du schon gut aufgestellt und wo nicht so gut aufgestellt. Melde ich auch gerne. Du findest den Link unter dem Video direkt. Und ansonsten, lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das gefallen hat. Und lass gerne ein Abo da, wenn du auch mehr von solchen Videos halt sehen möchtest, wie du als Fachfirma, Handwerksunternehmen einfach die ganzen Themen Mitarbeiter, Kundengebindung, Digitalisierung meisterst. Und ansonsten sehen wir uns in einem der folgenden Videos wieder. Bis dann. Ciao.